Hallo, ich bin Dr. Dania Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, dem Ayurveda, Yoga, aus der Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Lass uns gemeinsam unsere Fragen ans Leben mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Science of Life. In dieser Folge soll es darum gehen, warum Yoga eigentlich erst abseits der Mathe so wirklich beginnt, beziehungsweise warum eigentlich unsere Yoga-Praxis auf der Mathe, unsere Meditation, was auch immer Du in Deiner Praxis integrierst, wirklich erst die Grundlage oder die Basis dafür sind, Yoga ins wirkliche Leben zu transportieren. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir häufig vergessen. Selbst wenn wir eine etablierte Yoga-Praxis haben, uns vielleicht auch über die körperliche Praxis mit den philosophischen Aspekten des Yogas beschäftigen, dann gehen uns doch sehr schnell diese Erkenntnisse oder diese Praxis im realen Leben verloren. Dabei ist genau das der Test häufig oder die Situation, mit denen wir konfrontiert werden, wie sehr wir unsere Praxis integrieren können. Und diese Folge ist inspiriert von einer kleinen Odyssee, die ich hinter mir habe. Und zwar wollte ich von Bali aus nach Indien fliegen, habe mein Visum dafür beantragt, Flug gebucht seit Monaten und dort war der Plan, eben eine Panchakarma-Kur durchzuführen und das war auch bereits seit Monaten geplant. Und mit den aktuellen Entwicklungen des Coronavirus hat es sich so ergeben, dass auf meinem Flug von Bali nach Indien in dieser Zeitspanne die indische Regierung beschlossen hatte, dass alle mit einem deutschen Pass von der Einreise nach Indien suspendiert werden. Das heißt, ich bin in Indien, in Kutschi auf dem Flughafen angekommen und wurde bei der Immigration rausgezogen, erst mal ohne zu wissen, was passiert ist und hatte 15 Indien da, die wild diskutiert haben, um mir dann mitzuteilen, dass ich nicht nach Indien einreisen kann, weil die Regulation besagt, dass alle mit deutschem Pass nicht nach Indien einreisen dürfen, weil eben Deutschland, ja, Gebiet ist, wo der Coronavirus aktuell sich stark verbreitet. Und es hat auch niemanden interessiert, dass ich nicht von Deutschland kam, sondern auf Bali war und da auch gar keinen Kontakt eben hatte oder dass eben kein Gebiet aktuell ist, wo Corona-Fälle zu dem Zeitpunkt bekannt waren. Aber in Indien ist es immer so, Regel ist Regel und was von oben kommt, das wird auch durchgeführt und da war wirklich absolut nichts zu machen. Und ich musste eben in dieser Situation nun handeln. Und das war nicht so ganz einfach, denn ich habe sehr viel Druck bekommen. Die Inder waren da sehr bestrebt, mich wirklich so schnell wie möglich aus diesem Flughafen rauszuhaben, mich irgendwo anders hinzubringen, nach Bali zurück oder nach Deutschland zurück, ganz egal. Und alle waren sehr aufgeregt und haben mir auch sehr viel Druck gemacht. Und warum genau erzähle ich dir das jetzt? Ich möchte diese Situation als Beispiel dafür nehmen, dass wir häufig im Leben an Punkte kommen, wo Dinge nicht so laufen, wie wir das geplant haben. Und das können kleinere Dinge sein und das können aber auch größere Dinge sein, die wirklich weiterführende Folgen haben oder in dem Moment wirklich richtig unangenehm sind, auch in ihren Konsequenzen. Und das Wichtige ist eben, was wir durch die Yoga-Praxis ja eigentlich kultivieren wollen. Das ist nicht nur einen stabilen Körper, sondern einen stabilen Geist zu haben. Und selbst wenn es im Außen turbulent zugeht, das kann Stress sein, das kann eben Situationen sein, die unangenehm sind. Das kann aber auch sein, dass eine Haltung, eine Asana sehr, sehr unangenehm ist. Und in dieser Haltung zu verweilen und dem Stand zu halten, den Geist darauf auszurichten, stabil zu bleiben, trotz der äußeren Umstände. Das ist ja eigentlich, was wir im Yoga kultivieren wollen. Und ich habe mich in meiner Praxis in den letzten Monaten einfach sehr viel mit dieser Stabilität beschäftigt. Zum einen, weil ich viel gereist bin und deswegen den Fokus sehr stark darauf gelegt habe, Stabilität auf diese Weise in mein Leben zu bringen, auch wenn im Äußeren sehr viel Instabilität war. Und zum anderen auch, weil bestimmte Umstände in meinem Leben das erfordert, haben auch nochmal genauer hinzuschauen, wie das ist, wenn bestimmte Situationen nicht eintreten oder bestimmte Dinge anders laufen als geplant, wie sehr bringt mich das aus der Ruhe. Und dort habe ich eben ganz viel auch daran gearbeitet, meinen Geist zu kultivieren mit der Ausrichtung von Stabilität. In anderen Worten bedeutet das, wie sieht es in meinem Geist aus, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist. Und das finde ich sehr interessant und da kannst du dich vielleicht auch mal selber beobachten, was bestimmte äußere Umstände mit dir machen. Häufig vergessen wir nämlich, uns in diesen Situationen selbst zu beobachten. Und ich meine jetzt nicht damit, uns selber dafür zu verurteilen, wie wir reagieren, sondern einfach zu beobachten, wie es die Person, die aus einer Yoga-Klasse rauskommt und sich gut fühlt, wie es die Person, die in einem Flow ist, weil die Dinge so laufen, wie man sich das gewünscht hätte. Das ist wahrscheinlich ein anderer geistiger Zustand und eine ganz andere Person als die Person, die du in dir selbst antriffst, wenn Dinge eben anders laufen, wenn du gestresst bist, wenn du gerade nicht die Möglichkeit hattest, zu praktizieren, wenn dich Dinge aus der Bahn werfen. Und hier wird es erst so wirklich interessant, denn das sind die Aufgaben, die das Leben uns gibt und mit denen wir wirklich arbeiten können. Weil es ist super leicht, sich gut zu fühlen, sich in der Welt zu bewegen, sich von seiner besten Seite zu zeigen, wenn Dinge einfach gut laufen. Aber die Schwierigkeit ist, diesen Geisteszustand beizubehalten, wenn es eben anders kommt, als wir uns das gewünscht haben. Zurück also zu meiner kleinen Geschichte mit der Einreise nach Indien. Ich sitze also da, stehe unter sehr viel Druck von außen, weil alle unglaublich aufgeregt sind und mir Druck machen, wie ich möglichst schnell aus dem Flughafen wieder rauskomme in ein anderes Land. Und mich hat die Situation zuerst absolut überfordert, denn natürlich kommen als erstes Gedanken, ich habe diese Panchakama gebucht, alles ist schon bezahlt, ich habe einen Rückflug aus Indien, was mache ich mit dem? Und ganz schnell passiert es eben, dass wir ein kleines Drama kreieren und so ein bisschen katastrophisieren, sage ich mal. Und da ist es ganz wichtig, dich zum einen einmal rauszunehmen, weil nur wenn dein Geist ruhig ist, kannst du gute Entscheidungen treffen. Und ganz häufig ist es auch so, dass wir uns so sehr von dem äußeren Umfeld beeinflussen lassen, dass das Äußere das Innere wird. Das bedeutet, selbst wenn du jemand bist, der normalerweise relativ ruhig auf ungewohnte Sachen reagiert, kann es passieren, dass wenn das Äußere dir Druck macht, aufgeregt ist, wenn die Situation von außen bedrohlich ist oder dir jemand etwas suggeriert, wie eine Situation gerade ist, dass du das einfach annimmst, ohne das zu hinterfragen. Und in dem Moment war es für mich ganz wichtig, dass ich nicht auf den Druck eingegangen bin, den mir die Zuständigen dort machen wollten. Denn deren Druck war, dass die Regulationen sich geändert hatten von oben, die Regierung bestimmt hatte, niemand mit deutschem Pass darf einreisen, beziehungsweise soll nach Indien kommen. Und da war für die entsprechenden Personen einfach der Druck sehr, sehr groß, mich möglichst schnell loszuwerden, um eben dieser Anweisung gerecht werden zu können. Für mich war es in dem Moment aber viel wichtiger, dass ich mir diesen Druck nicht habe machen lassen, denn im Prinzip war ja kein zeitlicher Druck in dem Sinne da, dass ich nicht jetzt zehn Minuten Zeit hätte, eine Entscheidung zu treffen. Und nachdem alle auf mich eingeredet haben, habe ich alle angeschaut und habe gesagt, ich kann diesen Druck verstehen. Ich werde das Land verlassen, weil in dem Moment war es natürlich auch wichtig zu schauen. Ich habe erst erklärt, dass ich natürlich nicht aus einem Corona-Gebiet komme und dass das ja nichts mit meinem Pass zu tun hat. Das heißt, ich habe erst mal da versucht, so ein bisschen auch zu schauen, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass wir da eine Lösung finden. Und Regel war Regel, deutscher Pass, nein, nicht rein, egal, wo ich herkomme. Und dann zu schauen, okay, es gibt keine Möglichkeit, das zu ändern. Das heißt, das Einzige, was mir blieb, war, das zu akzeptieren. Und dann musste ich natürlich eine Entscheidung treffen. Möchte ich zurück nach Bali? Ist das gerade sinnvoll? Fliege ich nach Deutschland weiter? Denn es war ein Flug da, auf den sie mich buchen wollten, der in einer Stunde nach Bali zurückging. Und ich habe alle angeschaut und gesagt, ich kann den Druck verstehen und ich werde eine Entscheidung treffen. Ich werde das Land verlassen, aber ich brauche jetzt zehn Minuten, um meine Entscheidung zu treffen und auf die Situation eingehen zu können, weil das ist auch für mich gerade keine angenehme Situation. Und mich gucken 15 Inder an, gucken alle auf ihren Chef und dann kam von dem Chef erst mal Stille, überlegen und er guckt mich an und dann das berühmte indische Kopfwackeln und er sagt, okay, okay. Und ich konnte mich dann erst mal hinsetzen. So, das ist auch der Schritt eins. Ich werde das auch nachher nochmal zusammenfassen. Schritt eins ist immer, in der Situation ist meistens mehr Zeit da, als wir denken. Und es ist meistens, die wenigsten Situationen erfordern, dass wir innerhalb von drei Sekunden handeln. Das heißt, nimm dir hier deine Zeit und erkläre das auch und frage nach dieser Zeit und dann nimm die Zeit dazu, um tief durchzuatmen. Atmen bewirkt immer Wunder. Also es ist wirklich immer so. Wenn wir atmen, tief atmen, dann lösen sich so viele Dinge schon im Sinne, dass sich Spannungen lösen, dass der Kopf freier ist und dass wir nochmal eine ganz andere Perspektive bekommen können. Und deswegen ist auch nicht umsonst der Weg zur Meditation oder die Vorbereitung auf die Meditation im Patanjali-Yoga-Sutra mit Pranayama beschrieben. Das bedeutet Atemübungen, die den Geist in einen Zustand bringen, so dass wir meditative Zustände überhaupt erst erreichen können. Der andere Aspekt ist, dass uns der Atem wirklich immer in den Körper auch bringt. Und der Körper ist da, wo sich wirklich das meiste in solchen Momenten auch abspielt. Wir denken immer, wir sind dann sehr stark im Geist. Das stimmt, der Geist ist in der Art und Weise der Ort, wo die Unruhe sozusagen entsteht. Aber das überträgt sich sofort auf den Körper. Und der Körper ist auch unsere Intelligenz. Das heißt, im Körper fühlen wir häufig oder die meisten von uns fühlen dort die Intuition. Ob das für dich im Bauch ist, ob das woanders ist. Aber deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auch wieder in den Körper zurückzukommen und dort eben auch deine Emotionen zu fühlen und dich mit deiner Intuition zu verbinden. Und das ist der Schritt zwei, den ich dir mit an die Hand geben möchte. Und zwar komm in deinem Körper an, um deine Emotionen, Gefühle wirklich anzunehmen und wahrzunehmen. Und dazu kann ich dir auch die Podcast-Folge mit Vivian Dittmer empfehlen. Das ist die Podcast-Folge Nummer sieben. Und zwar ist das, wie du lernst, Gefühle als deine Kraft zu nutzen. Ein wirklich sehr interessantes Interview mit einer ganz tollen Autorin, die sich viel mit dem Thema Gefühle befasst hat und wie wir diese eben als unsere Kräfte auch nutzen können. Für mich hat es in der Situation bedeutet, dass ich meine Trauer annehmen musste. Und zwar die Trauer, dass ich nicht nach Indien einreisen konnte und dass ich auch die Panchakarma-Kur nicht machen konnte, die ich geplant hatte. Und ganz oft gehen wir in Ablehnung mit der Trauer. Und wir werden dann wütend, weil wir etwas ändern möchten, was wir aber nur annehmen können. In dem Moment war es einfach wichtig, kurz diese Trauer zu fühlen. Und manchmal ist natürlich auch kein Platz dafür. Ich hatte nicht sehr viel Zeit, aber ich wusste, dass da natürlich Enttäuschung da war und Trauer. Und dann ist es manchmal auch okay, diese Gefühle für einen Moment zu parken, in Anführungsstrichen. Das heißt, sich damit nochmal später auseinanderzusetzen, wenn wir den Raum haben und die Zeit dafür. In dem Moment war es einfach nur für mich wichtig anzuerkennen, es ist eine Situation, über die ich traurig bin und das Einzige, was mir bleibt, ist, das anzunehmen, wie es gerade ist und dann zu schauen, was sind jetzt meine neuen Möglichkeiten von dort aus. Das bedeutet, der zweite Schritt ist eben, in den Körper zu gehen und diese Emotionen und Gefühle wahrzunehmen. Und das ist nichts anderes, was wir letztendlich in der Meditation machen. Es geht um nichts anderes, als eben für einen Moment dort auch zu beobachten und mit dem zu sein, was gerade ist. Und ganz wichtig ist, dass das nicht unbedingt Resignation bedeutet. Ich komme gleich noch mal darauf zu sprechen, warum auch zum Beispiel Wut eine unglaublich tolle Kraft sein kann und wie ich Wut eben auch in dieser Situation letztendlich angewandt habe. Zunächst möchte ich dir aber Schritt Nummer drei an die Hand geben. Und zwar besteht der für mich nochmal aus drei Unterkategorien. Und zwar ist das Abstand, Relation und Perspektive. Nachdem wir also im Körper waren, die Emotionen gefühlt haben, diese angenommen haben und uns mit unserer Intuition verbunden haben, gibt uns das die Möglichkeit, auch nochmal die ganze Sache in einem neuen Licht zu sehen. Das heißt, nur wenn wir auch einen gewissen Abstand wieder gewinnen können, und zwar von den Emotionen und der aktuellen Situation, dann können wir auch wieder klarer sehen, dieser Abstand gibt uns die Möglichkeit, so ein bisschen uns zu beobachten und uns nicht in der Situation gefangen zu fühlen und in diesem Ich-Zustand zu sein, was häufig dieses Drama auch kreiert, sondern mit Abstand zu schauen, was passiert hier gerade wirklich und wie schlimm ist das Ganze wirklich. Das heißt auch hier nochmal, die Relation zu sehen. Ja, das heißt, in dem Moment war es für mich auch wichtig anzuerkennen, ich habe Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, mir einen neuen Flug zu buchen. Ich habe die Möglichkeit, in ein anderes Land zu reisen, was wirklich ganz wichtig ist, dass viele Menschen haben das nicht. Ja, also wenn wir das Ganze mal aus einer anderen Perspektive betrachten für Menschen, die auf der Flucht sind oder was auch immer, da ist es ganz wichtig, dass wir vielleicht nicht unsere eigene Situation unter den Teppich kehren und immer nur denken, ja, bei anderen geht es viel schlimmer, sondern natürlich auch anerkennen, dass das gerade nicht schön ist und für uns auch sehr unangenehm ist und das braucht einfach keine Relation in dem Moment. Das müssen wir auch mal anerkennen, dass es dann in dem Moment wirklich unangenehm ist und das auch für uns, uns das auch erlauben dürfen für einen Moment. Aber dann eben auch zu schauen, wie groß ist das Drama, also dass wir nicht da drin verharren, sondern wie groß ist das Drama, was wir kreieren. Und in meinem Fall eben zu schauen und zu sehen, die Dankbarkeit dafür zu haben, dass ich Perspektiven habe. Und ja, das bringt einem auch ganz schnell eben aus dieser Situation raus, die festgefahren scheint oder dramatisch ist. Und warum ist das so wichtig? Weil uns das nämlich neue Perspektiven eröffnet. Häufig sind wir oder halten wir so sehr stark daran fest, dass etwas so sein sollte, wie wir es geplant haben. Und das ist eine riesen, riesen Falle, weil das blockiert, jegliche Energie für das Leben so fließen zu können, wie es natürlicherweise fließt und wie es auch eigentlich meistens in Ordnung ist, weil das Einzige, was uns davon abhält, ja, glücklich zu sein oder zufrieden zu sein, das ist häufig unsere Vorstellung, davon, wie etwas zu sein hat. Häufig vergessen wir nur leider dabei, dass wir nicht über alles Kontrolle haben und dass es auch wirklich gut so ist, denn das Leben ist nicht gegen dich, sondern für dich. Und häufig erkennen wir in den Momenten nicht den Plan, den das Leben für uns hat und warum bestimmte Dinge vielleicht so kommen müssen und auch gut so sind. Häufig sehen wir das erst im Nachhinein. Und indem du dem vielleicht schon mal so ein bisschen vorgreifst und dir das wieder vor Augen hältst, dass das Leben nicht gegen dich ist, sondern für dich ist, dass Situationen meistens auch, eigentlich immer, wenn wir das so sehen wollen, immer für dich da sind, wachsen zu können und auch für dich da sind, um, ja, etwas zu kreieren, woraus wirklich auch was Schönes wachsen kann oder was, was letztendlich auch zu deinem Vorteil sein kann. Wenn wir uns das wieder in dem Moment in Erinnerung rufen, dann fließt das Leben in den meisten Fällen auch wieder. Und das Schöne daran ist, dass wir dann wieder die Perspektiven sehen, die wir haben und uns darüber freuen können. Und in meinem Fall war das eben so, nachdem ich akzeptiert hatte, dass jetzt die Situation anders ist, als ich das geplant habe und meine Perspektiven gesehen habe, konnte ich mich auch nochmal mit meinem Körper verbinden und mich auch fragen, was möchte ich jetzt gerade wirklich. Die Behörden am Flughafen haben mir diese zwei Optionen eben gegeben, nach Berlin zurückzufliegen oder nach Bali zurückzufliegen. Und da nach Bali der Flug als erstes ging und natürlich alle bestrebt waren, mich so schnell wie möglich loszuwerden, kam dann von außen die Info, wir buchen jetzt diesen Flug nach Bali für dich, damit du so schnell wie möglich hier rauskommst. Und in dem Moment war für mich, nachdem ich mir die Zeit genommen hatte und mich nochmal mit meiner Intuition auch verbunden hatte, war die Entscheidung klar, dass ich nach Deutschland zurückfliegen muss. Obwohl die Idee schöner war, nach Bali zurückzufliegen, hat mir auf meiner Körperebene etwas gesagt, dass es gerade wichtig ist, nach Deutschland zurückzufliegen und dass ich für diese Entscheidung einstehen muss. Und hier ist jetzt die Wutkraft ganz wichtig für mich geworden. Und zwar in dem Sinne, dass ich mich nicht von außen habe einfach überrollen lassen für jemand, der dann einfach eine Entscheidung für mich getroffen hat, obwohl die Entscheidung mir ja eigentlich zustand. und diese Kraft wirklich zu nutzen und zu sagen, nein, ich habe entschieden, dass ich nach Berlin zurückfliege und vielleicht geht der Flug jetzt zwei, drei Stunden später, aber diese Zeit ist jetzt da und diese Option habe ich auch und das ist auch mein Recht. Und ich nehme mir jetzt die Zeit, um den Flug, den ich schon bereits habe, umzubuchen und ich brauche dafür Internet. Und das wurde auch genehmigt, abgesegnet und das hat sich als ein bisschen schwieriger herausgestellt und ich wusste, dass es auch nicht der einfachere Weg war, weil die Umbuchung nicht so ganz einfach war, beziehungsweise ich konnte die Fluglinie nicht kontaktieren und ich konnte auch aus bestimmten Gründen hat die Umbuchung online nicht funktioniert. Und das heißt, wir sind dann nochmal alle zusammen durch ein riesiges Gefühlschaos gegangen, weil es nicht geklappt hat mit der Umbuchung und so schnell auch nicht mehr das möglich war, mich auf den nächstmöglichen Flug zu buchen, weil dafür es nicht mehr möglich war, online einzutecken. Und das hat sehr viel Panik bei allen ausgelöst und auch für mich war das nicht einfach, weil sehr viel Panik um mich herum war und sehr viel Druck um mich herum war und wir eben die Fluglinie per Telefon auch nicht erreichen konnten. Und was letztendlich dann dazu geführt hatte, dass ich einen komplett neuen Flug buchen musste, der auch erst am nächsten Morgen ging. Der zusätzliche Druck war hier, dass der Flughafen geschlossen wurde für den nächsten Tag aufgrund verschiedener Bauarbeiten, die durchgeführt wurden. Das heißt, da war nochmal ein weiterer Druck. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war eine emotionale, wie sagt man, Achterbahnfahrt. Und da ist es auch manchmal okay, kurz den Kopf zu verlieren, beziehungsweise auch den Druck, der einem von außen gemacht wird, nochmal wieder zu spiegeln und nochmal auch zu schauen, dass das manchmal ganz wichtig sein kann, bestimmte Gefühle auch nach außen zu bringen, um dem Umfeld klar zu machen, was das eigentlich mit einem macht. Und für mich war da ganz wichtig, auch meine Grenzen zu setzen und auch zu sagen, Stopp hier. Für mich ist das auch nicht einfach. Und je mehr Druck ich jetzt hier von außen bekomme, ich versuche hier gerade mein Bestes. Ja, und es ist nicht so, dass ich versuche, gerade hier zu bleiben, sondern ich versuche auch einen Weg aus der Situation zu finden. Und wir müssen jetzt alle zusammenarbeiten und ich brauche jetzt nicht noch mehr Druck von außen, sondern ich brauche Unterstützung und Hilfe, um jetzt die Situation, die sich schwieriger als gedacht gestaltet habe, zu lösen. Und da ist es auch mal ganz wichtig, wir müssen nicht immer ruhig bleiben und ausgeglichen sein. Ich glaube, das ist so die Vorstellung, die die meisten davon haben, was passiert, wenn wir Yoga machen. Nein, wir können Gefühle, Emotionen auch mal, wenn wir das wirklich bewusst machen, nach außen tragen, um für uns einstehen zu können. Und ich sehe das manchmal mehr auch als so ein bisschen, so einen gewissen Spiegel oder eine Reflexion, damit vielleicht auch manchmal das Umfeld überhaupt mitbekommt, wie die Wirkung eigentlich ist von außen. Und ich glaube, häufig sind wir einfach jeder in der eigenen Geschichte gefangen. Das heißt, die Behörden in dem Moment, weil sie selber Druck hatten und auch auf manchmal die eigene Geschichte bezogen, ich in dem Moment, weil ich natürlich meine Situation gesehen habe. Und da ist es immer ganz wichtig, dass eine Kommunikation stattfindet, die auf einer Ebene ist, das Verständnis für beide Seiten da ist. Und manchmal müssen wir da aber auch zeigen, was eigentlich unsere Situation gerade ist. Und in dem Sinne war das für mich eben nochmal klarzumachen, was gerade in mir vorgeht und dass es für mich auch nicht einfach ist. Und gleichzeitig auch zu sagen, ich kann das verstehen und die Situation auch, in der die Behörden in dem Moment war. Aber für sich da trotzdem einzustehen, das ist unglaublich schwierig. Aber häufig hilft es eben, damit auch die andere Seite nochmal so ein bisschen dahin zurückkommt zu sehen. Wir vergessen so häufig, dass der andere auch nur ein Mensch ist. Ja, also in dem Moment, die Behörden gar nicht gesehen haben, okay, ich habe da einen Menschen vor mir, nicht nur einen deutschen Pass sozusagen, der raus muss, sondern ich habe da einen Menschen vor mir, für den das gerade auch nicht einfach ist. Und das war die Relation, die das geschafft hat eben. Und für mich aber auch zu sehen, ich habe da keinen Feind vor mir, sondern ich habe da auch nur Menschen vor mir, die versuchen gerade ihre Anweisungen auszuführen oder ihren Job zu machen. Und das hat zu unglaublich viel Verständnis geführt auf der anderen Seite und auch für mich eine ganz neue und schöne Ebene geöffnet. Denn dadurch habe ich mit einem der Zuständigen von dem Bodenpersonal ein wirklich tolles Gespräch anfangen können. Und zwar hat er gesehen, dass Ganesha bei der Buchung auf meinem Laptop aufgetaucht ist. Und ich habe spaßeshalber zu ihm gesagt, schau, Ganesha hat mir in diesem Fall nicht weitergeholfen. Und es hat uns lachen lassen und es hat eine Verbindung geschafft. Und er hat mich gefragt, was ich mache und warum ich über Ganesha Bescheid weiß. Und das bringt mich auch dahin, nochmal zu sagen, wie wichtig eigentlich Humor trotzdem ist in jeder Situation. Und auch wenn manche Situationen vielleicht ernst sind, häufig sind sie nicht so ernst, als dass wir nicht nochmal ein bisschen mehr Leichtigkeit in die Situation reinbringen könnten. Und das sagt auch Patanjali, Stiram Sukham Asana. Das bedeutet, deine Haltung sollte stabil und leicht sein. Und das beziehe ich jetzt mal nicht auf unsere Körperhaltung, sondern auch auf unsere mentale Haltung. Wenn unsere mentale Haltung stabil und gleichzeitig leicht ist, dann öffnet dir das eine ganz andere Welt. Und es bedeutet auch, dieser Satz Stiram Sukham Asana, dass die Fläche oder der Boden, auf dem der Yogi sitzt, diese Eigenschaften haben sollte. Und das bringt mich auch in Anbetracht des Coronavirus nochmal auf eine andere Ebene zu sagen, das hat auch Louis Pasteur, der die Bakterien entdeckt hat, auf seinem Sterbebett gesagt, das Milieu ist alles, der Keim ist nichts. Und das bedeutet, dass diese Fläche, auf der wir sitzen, der Boden, das Milieu, in dem wir uns befinden, dass es so wichtig ist, dass wir uns darum kümmern und dass der Keim und das kannst du auf den Coronavirus beziehen und das kannst du aber auch auf Situationen beziehen, die von außen kommen, weil häufig sehen wir diese Situationen ja als Feind oder als etwas, was uns schaden will, als einen Keim. Dass der Keim nichts ist. Alles ist deine innere Haltung. Und nochmal auf den Coronavirus bezogen, ich werde darüber auch nochmal eine Folge machen, dass es ernst zu nehmen ist und an keinem immer ernst zu nehmen ist, aber dass es so wichtig ist, dass wir uns um unser Milieu kümmern, dass wir schauen, dass unser Immunsystem funktioniert, dass der Boden, auf dem dieser Keim fällt, stark ist und eine Widerstandskraft hat. Mit anderen Worten, es kommt auf die Hygiene an, die körperliche und mentale Hygiene. Das heißt, auf der körperlichen Ebene, wasch deine Hände, triff deine Vorkehrungen oder in dem Sinne, inwieweit du dich schützen kannst, aber viel wichtiger ist deine mentale Hygiene, denn auch Angst, Panik sind ein Nährboden und haben die Kraft, ein ungünstiges Milieu zu kreieren. Zurück also nochmal zu meiner Situation, in der mich wirklich sehr bestimmt, aber trotzdem auch offen für die Menschen, die mir da gegenübergetreten sind, geblieben bin, ist aus dieser Situation doch noch etwas sehr Schönes entstanden. Und zwar hat sich der besagte Mitarbeiter die ganze Nacht um mich gekümmert, denn ich konnte erst einen Flug für den nächsten Morgen buchen. Das heißt, ich musste die ganze Nacht auf dem Flughafen verbringen und es sind einige Dinge angefallen, wie zum Beispiel, dass mein Gepäck von dem Gepäckband geholt werden musste, für den neuen Flug bereitgestellt werden musste, bestimmte Vorkehrungen mussten getroffen werden und ich musste eben durch bestimmte Schleusen gebracht werden. Ich weiß mittlerweile sehr viel über den internationalen Flughafen in Kochi, aber dieser Mitarbeiter hatte eigentlich schon seine Schicht beendet und er ist trotzdem die ganze Nacht mit mir geblieben, hat sich um alles gekümmert, er hat mich begleitet, damit ich am Flugschalter mit der Fluggesellschaft nochmal sprechen konnte, eine Mahlzeit versucht hat, mit mir nochmal umzubuchen auf eine vegane Mahlzeit und hat sich wirklich um ganz viele Dinge gekümmert, um die er sich nicht hätte kümmern müssen. Und vor allen Dingen hat er mit mir gewartet. Er hat sich mit mir hingesetzt, hat mir sogar einen Chai spendiert und hat mir auch Fragen gestellt und wir haben uns über verschiedene Dinge unterhalten und ich denke, dass diese Situation sich vielleicht nicht so ergeben hätte, wenn ich in dem Moment ein Feindbild kreiert hätte oder mich nochmal in diese neue Situation nicht hätte fallen lassen. Und das bringt mich auch zu meiner letzten Podcast-Folge Nummer 23, wie wichtig es ist, die Schönheit in Dingen zu sehen und die Schönheit in Menschen auch zu sehen. Und ja, dass wir das nicht vergessen, wie wichtig es ist, in einer neuen Situation, sich einer neuen Situation zu öffnen und darin wieder Schönheit zu finden. Auch wenn das, was wir uns gewünscht haben, nicht ist, aber das eben in dem Moment loslassen zu können, ist ein großer Nährboden dafür, wieder etwas Neues wachsen zu lassen und daraus etwas Schönes zu sehen und das Schöne in dem Moment einfach zu sehen, das zu sehen, was wir gerade haben und dafür dankbar zu sein. Nun ist die Folge doch länger geworden als geplant, aber ich möchte für dich nochmal kurz zusammenfassen, was die drei Schritte meiner Meinung nach sind, wie wir Yoga von der Matte in den Alltag holen können. Schritt 1. Nimm deine Zeit und nimm dir die Zeit, durchzuatmen, denn das ist der erste Schritt für einen ruhigen Geist und wir können das so ein bisschen mit Pranayama, dem Atem, der Vorbereitung, den Übungen im Yoga gleichsetzen. Schritt 2. Emotionen fühlen, in den Körper fühlen und wenn das gerade nicht möglich ist, Emotionen voll zu fühlen, diese zu parken, aber sich derer für einen Moment bewusst zu machen. Und diese Körperebene, dieses Beobachten können wir mit der Meditation im Yoga gleichsetzen. Schritt Nummer 3. Abstand gewinnen, Relation und Perspektive sehen. Und das hat damit zu tun, dass wir annehmen, was ist und eben eine Intention auch setzen können. Das können wir mit St. Kalper vergleichen und uns nochmal in Bewusstsein rufen, dass das Leben nicht gegen uns ist, sondern für uns ist und dass alles seinen natürlichen Fluss geht. Und wir, das ist wichtig, manchmal ist damit nicht in Widerstand zu gehen. Stiram, Sukham, Asana. Unsere Haltung sollte stabil und leicht sein. Und im nächsten Vers geht Patanjali auch noch etwas weiter. Der sagt, wir brauchen die Weichheit, wir brauchen das Loslassen der Spannung zum Eingehen in die Unendlichkeit. Und ich glaube, Weichheit ist immer ein guter Begriff in solchen schwierigen Situationen. Denn Weichheit verleiht uns auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn du mir kommentierst, wie du Yoga abseits der Mathe lebst und vor allen Dingen schreib mir auch gerne, was für dich aus dieser Episode besonders wichtig war, was du mitgenommen hast, weil ich freue mich immer sehr über einen Austausch und ich glaube auch, dass dieser Austausch wichtig ist, dass wir voneinander lernen können, dass wir uns gemeinsam unterstützen und uns dabei helfen, wirklich die beste Version unseres Selbstes zu leben. Wenn du mir noch nicht bei Instagram oder Facebook folgst, dann kannst du das auf Facebook unter Dr. Dania Schumann tun und bei Instagram findest du mich unter Dania Schumann. Wie gesagt, ich freue mich über deinen Kommentar. Du kannst auch mit mir in Kontakt treten über meine Webseite daniaschumann.com Da findest du auch Blogartikel und Rezepte und du kannst dich kostenfrei für den Newsletter eintragen und ganz wichtig, findest du hier auch Informationen über meine Ausbildung, die ich anbiete zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe. Namaste. Ich freue mich in jedem Fall von dir. 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 Vielen Dank.